Wer bist du? Hallo, ich bin Murdoch aus dem Hacklabor Schwerin und ich stelle euch heute das Jugendhakt-Event vor. Das Jugendhakt-Event ist ein Hackathon, das am 1. bis 3. Juni stattfindet und dafür suchen wir noch Mentoren. Mentoren heißt, du solltest älter als 19 Jahre sein, Interesse und Erfahrungen mit Technik haben und wenn es geht auch ein bisschen pädagogische Erfahrungen mitbringen. Idealerweise solltest du auch am 18.05. um 18 Uhr hier im Schweriner TGZ-Zeit haben, weil da findet die Mentoren-Schulung statt. Okay, und wo meldet man sich? Auf der Jugendhakt.de-Seite gibt es eine Anmeldeseite für Mentoren. Oder per E-Mail schwerin.jugendhakt.de MV MV, entschuldigt, MV at Jugendhakt. Nehmen wir auch. Okay, und kann man auch einfach so zum Hacklabor kommen? Natürlich, im Hacklabor kann man jede Zeit vorbeikommen, wenn wir Aufmerksamkeit haben und da kann man sich auch als Mentoren melden.